Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, in der aktuellen Corona-Krise säßen wir alle in einem Boot. Ich halte das für totalen Quatsch. Die einen sitzen weiter in ihren Luxusjachten und die anderen in ihren Grünbooten und wissen nicht, wie sie über die Runden kommen. Deswegen müssen wir viel mehr tun, dass in der aktuellen Krise niemand zurückbleibt und auch niemand vergessen wird. Ich denke zum Beispiel an diejenigen, die auf Kurzarbeit Null sind, die zurzeit von 40% weniger netto irgendwie leben müssen, brauchen dringend ein höheres Kurzarbeit. Ich denke an die Solo-Selbstständigen, die ihre Aufträge von heute auf morgen verloren haben. Die brauchen eine dauerhafte Garantie, dass sie nicht aufs Amt müssen und nicht von Hartz IV abliegen. Diejenigen, die eh schon von Sozialhilfe leben, von Hartz IV leben und vielleicht irgendwie bisher über die Runde gekommen sind, weil sie einen Teil ihrer Lebensmittel bei der Tafel abboten und jetzt vor verschlossenen Türen bei der Tafel stehen. Auch die brauchen einen Zuschlag auf Hartz IV, damit sie einigermaßen irgendwie durch diese Krise kommen, niemand zurückgelassen wird.